Schlagt mir die Bitte und vielleicht ein bisschen hoch ist mir egal, ich tippe auf ein Und ein Moinzen zum Vorbericht zum Spiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend 20.30 Uhr. So, kommen wir zur Gegneranalyse von unserem vorverlegten Spiel auf den Freitagabend. Ja, eigentlich ist Augsburg so ein bisschen der Trainerkiller, eigentlich bei uns normalerweise. Trainer, ja, trotzdem ausgetauscht bei Augsburg und das ist halt so dermaßen typisch. Das ist das typische Bild von, ja, Geschichten über den Fußball schreibt. Markus Weinze, der eine erfolgreiche Phase in Augsburg hatte, kehrt zurück nach Augsburg. Heiko Herrlich entlassen nach dem 2-3 gegen Köln vor zwei Wochen. Müsste auch ein Freitagabendspiel gewesen sein. Ja, bei Augsburg erfolgreich gewesen. Bei uns der Abstiegstrainer, das personifizierte 0-6. Ich hatte ja die Karte auf dem Thumbnail drauf, wo ich dabei war. Aber deswegen darf er natürlich da gerne bei uns auch seine Startserie weiterführen. Weil, als er bei Augsburg angefangen hat, sechs Spiele sieglos am Stück. Bei Schalke fünf Niederlagen am Stück. Und bei uns ja auch die bekannten 3 Niederlagen am Stück. 0-4, 0-4, 0-3. Sonst erlebt Augsburg eigentlich eine typische Augsburg-Saison. So, nie richtig tief im Abstiegskampf drin. Und halten sich halt Jahr für Jahr mit ihren Mitteln drin. Muss man Hut vorziehen. Seite 11, 2, 12 sind die durchgängig drin. Ja, das kann nicht jeder. Wenn wir die beiden Klubs mal angucken, die am Freitag aufeinandertreffen, dann ist Augsburg der einzige Klub, der das geschafft hat. Seit 2011 zu 12. Ja, kommt natürlich logischerweise, sonst wird uns ein Trainer nicht raus. Kommen die Augsburg gerade so ein bisschen aus einer schlechteren Phase. Niederlage gegen Köln, Niederlage gegen Frankfurt und Schien-Bielefeld. Und auch gegen Schalke haben sie verloren. Ja, Schlussprogramm. Jetzt sind es nur noch die drei Spiele, die immer angezeigt werden. Nur noch genau die drei sind wir. Dann zu Hause gegen Bremen, was für ihn interessant werden könnte, tabellarisch. Und dann fahren sie am letzten Spieltag zur Meisterfeier der Bayern. Letzte direkte Duelle. Das letzte war der furiose 1-4-Auswärtssieg in Augsburg. In den grünen Glückstrikots quasi. Letztes sieben Heimspiel gegen Augsburg. Stellen sie wie folgt dar. Drei Siege, ein Unschieden, drei Niederlagen. Hat eigentlich Augsburg so ein bisschen als safere Nummer zu Hause abgespeichert. Aber ja, doch nicht so. Trotzdem, trotz der Aussichtlichenheit in der Statistik, habe ich ein recht gutes Gefühl für das Spiel. Und vor allem auch für das Heimspiel. Die Tabellensituation, es ist Platz 10 gegen Platz 13. Wir 39 Punkte, Augsburg bei 33 Punkten. Augsburg damit vier Punkte vom Relegationsplatz. So ein bisschen Gefahr noch da. Deswegen, wie gesagt, das Duell gegen Bremen vielleicht noch interessant. Für die bei uns geht es um nichts mehr. Augsburg tatsächlich in der Auswärtstabelle schlechter als wir in der Heimtabelle. Da heißt es dann quasi Platz 13 der Heimtabelle gegen Platz 15 der Auswärtstabelle. Rückrundtabelle heißt es Platz 12 gegen Platz 13. Dann der Startelf-Tipp. Ich habe leider hier wieder keine Pressekonferenz mit drin. Zeit, ich war natürlich interessant gewesen. Da wird über den Standwissen von Sosa, Mangala und González, unseren großen Verletzten. Ja, hinten bleibt für mich alles beim Alten, inklusive Endo. Armada ist jetzt für zwei Spiele gesperrt durch die rote Karte. Und daneben ist halt die Frage, wie fit ist Castro? Es gibt diesen Post mit Laufeinheit, mit Nico zusammen. Ich stelle ihn einfach mal auf. Hat ja auch schon gegen Leipzig von Beginn gespielt. Sonst natürlich da vermutlich einen Karasso, wenn es Castro nicht wird. Davor dann die Hoffnung, dass Sosa eben auf links wieder kann. Gab es ja auch den Post, dass er sich Hoffnungen macht. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass er wirklich auch da spielen wird. Ich stelle ihn auf links auf. Rechts bleibt Massimo, der mir in den letzten Spielen ganz gut gefallen hat. Davor dann Förster. Und dann versuche ich es einfach nochmal mit Tommi. Weil Castro war ja eigentlich derjenige, der neben Förster war. Der rückt halt zurück dann. Ja, ich versuche es nochmal mit Tommi. Vielleicht bringt er ihn ja wegen diesem Ex-Klub-Ding mit Augsburg. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, recht unrealistisch. Tommi irgendwie nicht den größten Stand bei Matarazzo. Aber ich tippe ihn mal wieder in die Startelf rein. Ganz vorne dann Kalajcic. Wie gesagt, ich kenne den Stand von González nicht genau. Deswegen zumindest auf jeden Fall schon mal nicht Startelf. Vielleicht ja aus Zufall mal auf der Bank mal wieder. Keine Ahnung. Da auf der Bank, wo wir schon gerade dabei sind, denke ich mal, dass wir auch da wieder Sanko sehen werden. Vielleicht bekommt er auch wieder, wie auch gegen Leipzig, ein paar Minuten. Kommen wir zur Prognose. Und ja, gerade nach vier Niederlagen am Stück. Da sind nur noch drei Spiele zu gehen. Da darf man dann schon sehr, sehr gerne gegen Augsburg nach nur zwei Wochen Pause zu Hause gewinnen. Gerade weil Weinzehl eben, das ist halt das Ding, kommt der neue Trennereffekt. Weinzehl ist eigentlich nicht derjenige, der den neuen Trennereffekt so mitnimmt. Hoffen wir einfach mal. Ich hoffe, ich habe es jetzt hier nicht gejinxt. Ja, deswegen bin ich da doch sehr optimistisch. Auch mit einer möglichen Rückkehr von Sosa auf Sascha vorne. Mal jetzt noch Augsburg zu Hause. Dann geht es nach Gladbach. Und dann kommt zu Hause noch Bielefeld als letztes Programm. Deswegen beide Heimspiele absolut gewinnbar. Vielleicht kannst du bei Bielefeld noch was im Abstiegskampf mitentscheiden. Mal gucken. Und bei Gladbach aktuell, ja, auswärts eher schwieriger. Da rechne ich uns mal nicht so viel zu. Aber gerade jetzt Augsburg ist ja das aktuelle Spiel. Bleibt mal dabei natürlich. Bitte schlagen. Gerade auch, weil so ein bisschen diese persönliche Note mitgeht mit diesem 6 zu 0. Mit diesem Weinzehl als gegnerischen Trainer. Schlagen wir die Bitte. Und vielleicht ein bisschen hoch ist mir egal. Ich tippe auf ein 4 zu 1. Wie auch schon im Hinspiel. Da war es halt ein 1 zu 4. Auswärts. 4 zu 1. Komm, wir schlagen die Augsburger am Freitag. Und natürlich auch hier wieder die Prognose vom gesamten Spieltag neben mir. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, wie gut ich letzte Woche war. Wahrscheinlich wieder nicht so besonders. Auch die Tipps sind ein bisschen riskant. Mal gucken. Gerne in die Kommentare, was ihr so tippt. Natürlich auch sehr gerne in die Kommentare, was ihr generell so zur Prognose, zum Vorbericht und so weiter zu sagen habt. Und damit war es das von diesem Vorbericht. Wir sehen uns vielleicht schon morgen Abend im Stream am Donnerstag. Aber natürlich hier VfB passender am Freitagabend. Und wir legen diesen Spieltag vor. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Uhh. Untertitelung des ZDF, 2020